Karl Hermann Flach war ein deutscher Journalist, Buchautor und liberaler Politiker, zunächst in der LDPD, dann in der FDP. Leben 1946 trat Flach in die LDP ein. 1948-49. arbeitete er als Volontär, später als politischer Redakteur bei der LDP-Zeitung Norddeutsche Zeitung in Schwerin. 1949 wurde er in den LDP-Landesvorstand Mecklenburgs gewählt. Im Oktober 1949 flüchtete er aus der DDR nach West-Berlin, wo er in die FDP eintrat. Von 1949 bis 1953 studierte Flachpolitische Wissenschaft an der Deutschen Hochschule für Politik, dem späteren Otto-Sur-Institut. Mit Diplomabschluss. Von 1954 bis 1956 arbeitete er als wirtschafts- und sozialpolitischer Redakteur in Frankfurt am Main und in Bonn. 1956 trat Flach als Mitarbeiter in die FDP-Bundesgeschäftsstelle in Bonn ein und wurde im Bundestagswahlkampf 1957 der engste Mitarbeiter des Wahlkampfleiters Wolfgang Döring, über den er später sagte, ich habe Döring mit liberalen Grundsätzen befreundet. Er hat mich pragmatisch getrimmt. Von 1959 bis 1962 war Flach Bundesgeschäftsführer der FDP und Wahlkampfleiter im Bundestagswahlkampf 1961 unter dem Parteivorsitzenden Erich Mende. Nach inhaltlichen Differenzen mit Mende zog Flach sich 1962 aus der Politik zurück und trat in die Redaktion der Frankfurter Rundschau ein. Zuerst als Ressortleiter für Innenpolitik. Zuletzt war er geschäftsführendes Mitglied der Redaktionsleitung und Prokurist des Druck- und Verlagshauses. 1971 kehrte Flach als Generalsekretär der FDP unter dem Parteivorsitzenden Walter Scheel in die Politik zurück. 1972 wurde er in den Deutschen Bundestag gewählt und wurde stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Seine Sekretärin in dieser Zeit, Johanna Olbrich, die zunächst für den Berliner FDP-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten William Baum umgearbeitet hatte und später für den Bundestagsabgeordneten und Bundesminister für Wirtschaft Martin Bangemann arbeiten sollte, war eine Spionin der DDR-Staatssicherheit. 1971 veröffentlichte Flach sein Buch noch eine Chance für die Liberalen, indem er eine vielbeachtete Theorie eines modernen Liberalismus in Abgrenzung a. zu sozialistischen Gesellschaftstheorien definierte. Erst gegen Ende der Ausarbeitung der Freiburger Thesen der FDP durch Walter Scheel und Werner Mayhofer beteiligte er sich daran. Seit den 1950er Jahren setzte er sich gegen die sogenannte Bürgerblock-Mentalität seiner Partei und für eine Öffnung der FDP zu den Arbeitnehmern ein. Er wurde zu einem der Wegbereiter der sozialliberalen Koalition 1969. Für seine journalistische Arbeit bei der Frankfurter Rundschau wurde Flach mehrfach ausgezeichnet, darunter 1964 mit dem Theodor-Wolf-Preis. Am 25. August 1973 verstarb Flach an den Folgen eines im selben Monat erlittenen Schlaganfalles. Er wurde in Bötzingen am Kaiserstuhl beerdigt. Nach ihm wurde die Karl-Hermann-Flach-Stiftung in Hessen und der Karl-Hermann-Flach-Preis benannt. Unterlagen über seine Tätigkeit für die FDP befinden sich im Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach. Veröffentlichungen Kennen Sie eigentlich die FDP? Berto Verlag Bonn 1963 Erhards schwerer Weg Seewald Stuttgart Degerloch 1963 Erweiterte Auflage BD 1964 Macht und Elend der Presse V. Hase U. Köhler, Mainz 1967 Unter uns Pharisäern Gleichnisse V. Hase U. Köhler, Mainz 1967 1 pro 1 der Politik 12 Kapitel für den Staatsbürger Rowold, Rheinbeck 1970 ISBN 3-499-60014-5 Noch eine Chance für die Liberalen oder die Zukunft der Freiheit Eine Streitschrift S. Fischer, Frankfurt 1971 Neuauflage BD 2015 ISBN 978-3-596-30242-0 Auszüge auf der Website von Tristan Abromeit Februar 2010 Mit Werner Mayhofer und Walter Scheel Die Freiburger Thesen der Liberalen Rowold, Rheinbeck 1972 ISBN 3-499-11545X Liberaler aus Leidenschaft Herausgegeben von Joachim Briechneider und Harald Hoffmann Mit einem Geleitwort von Walter Scheel Bertelsmann, München, Gütersloh Fien 1974 ISBN 3-570-029654 Mehr Freiheit für mehr Menschen Beiträge zur liberalen Politik Zusammenstellung und Redaktion Peter Juhling Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 1979 ISBN 3-789-0-05258 Fußnoten Zitiert nach Karl Hermann Flach Liberaler aus Leidenschaft 24. Wolfgang Hartmann Ulbricht Johanna In Wer war wer in der DDR? Fünfte Ausgabe Ben 2, CH Links Berlin 2010 ISBN 978-386153-5614 Theodor Wolf Preis Preisträger der Jahre 1962-1997 T David Juhlitz Anstrahl Leidenschaft 20 Vielen Dank.